Carina, James Hunter. So Freunde, wir werden jetzt gleich etwas tun. Das ist ja aus Sicht des Gesamtverlaufs der Veranstaltung unabdingbar. Wir werden gleich eine kleine Pause machen, die ihr nutzen könnt. Zum Beispiel die liebevoll eingerichteten sanitären Einrichtungen aufzusuchen oder euch ein Getränk zu besorgen. Oder aber, wenn ihr Lust habt, könnt ihr in dieser kleinen Pause uns treffen. Und zwar links von der Bühne, da drüben, dort an der Seite. Da kommen wir jetzt hin. Und wer von euch noch eine Befreiung braucht für zu Hause, was heute später wird, das füllen wir alles aus. Auch Arbeitsbefreiung bis Montag sind kein Problem. Oder wer auch mal eine CD von uns in den Händen halten möchte, hier drüben, gibt's dir. Also wer uns treffen möchte, hier drüben, in ganz wenigen Minuten. Aber bevor wir in diese kleine Pause gehen, natürlich nach der Pause nochmal wiederkommen, mit unglaublich vielen großartigen Songs, die wir bis jetzt noch aufgespart haben. Zum Beispiel Musik von Fats Domino, großartige Hits. Wir haben noch jede Menge in Gepäck. Aber bevor wir in die Pause gehen, wollen wir noch einen Mann huldigen. Der ist auch eine Legende am Piano im Rock'n'Roll. Und wir haben ihn bei uns in der Band für euch. Am Piano, unser Alex, unser Hohelad is shaking. Go and on!